weiter geht das solo schnetzeln wie ist es denn so für dich erzähl mal ja sehr aufregend da hat dir die story mehr Spaß gemacht ich hab sehr viel zu tun nein aber stört mich auch gar nicht ich kann nichts dafür aber ich kann ja nicht diese Skille ignorieren nein Hauptsache wir kommen schnell voran ja ja das dachte ich mir auch so wird bei Qual 1 wahrscheinlich nicht mehr so machbar sein schauen wir mal wenn es dann doch so einfach ist gehen wir halt einfach auf 2,3,4 ist ja egal ja das werden wir ja sehen wir fangen einfach mit 1 an und arbeiten uns herum ich mein kann man das einfach dann oder muss man da wieder gewisse daraus verringen bis zu Qual 6 kann man machen und ich glaub für Qual 7 muss man erst Rift erledigt haben ach so ok na gut dann mal nur keine Sorgen um die Herausforderung dann guck mal ich hab auch mal was getötet ich bin extra hoch gegangen und ein bisschen einsammeln damit was du tun musst ach so ist ja nett da lag noch so viel rum da wollte ich nicht alles immer liegen lassen das ist doch eigentlich geil ne die fallen nur so schnell du kannst doch andauernd deine Kadaver Explosions kommen passt doch voll gut das seh ich auch weil hinter mir alles rot immer ist wie du hast nicht genug geisteskrankt jetzt wird das schon wieder hehehehe mein Gott Kollege wie soll ich denn bezahlen alles hier? oh wüsste easy Pilon der Verbindung oh ok alles klar ja und dann noch die Gewitterfront komm so brauchst ja gar nicht ist einfach nur laufen siehst du jetzt hast du den Pilon der Verbindung jetzt siehst du wie es mir geht wenn ich spiele oh hier war ein Pack einfach ein was? hier war ein Pack oh noch ein Pack ich glaube einfach durch die gesamte Karte jetzt ist mir scheißegal ja ich auch die waren gerade die waren einfach da guck mal da ist noch eins da lauf ich mal hoch oh jetzt ist es abgelaufen ich bin mitten in der Trash hier in der Gruppe ja ich auch geil oh Portalbechter kommen gleich ich muss den ganzen Weg jetzt einmal zurück gehen und alles einsammeln oh bei mir bei dir? ich komm da ich schwöre ich hab nichts gemacht ich bin nur durchgelaufen durch eine Wespe ne ich hab gerade ein Pack gekillt der ist gleich tot komm mal lieber der ist schon fast tot bist du da? ja ok ich hab den nur zwei Sekunden kurz angetankt wirklich warte ich lauf mal jetzt hier den Weg so zurück weil ich will nicht alles mal liegen lassen hier hier ist Maragde und Edelsteine und alles Ketten du bist ja auch irgendwo rumgelaufen hier so eine Truhe ja ich geh schon mal back to the city ich kämpfe hier noch gerade ich hab hier noch das halbe Rift gepullt nein nein alles gut sind schon gleich tot oh Elite-Fact naja das war eins ok gut ich komm ich muss zurückkehren gut nehmen wir rein ok und weiter geht's doch nur wenige haben die Brückung bestanden so umgedungen gedungen und weiter geht's 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 Die Götter haben den Nutschweg. Ich auch gleich. Hast du jetzt dieses Borne-G an? Ja. Ziemlich viel schneller kommst du auch nicht voran, ne? Ja, aber ich bin das BT wieder gleich off. Weiß gerade nicht. So, kommst du hinter mir. Oh, legendärer Götter. Aber ich gucke gleich. Ja. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Die Götter. Das ist das, was aus. Fangen wir los. Gut. Und jetzt... Bind. Und jetzt, Ich muss zurückkehren. Ich muss zurückkehren. Ich würde mich nicht wundern, wenn ich irgendwann so leichtsinnig werde. Einfach durchlaufe durch jede Pfütze und auf einmal bumm, you're died. Weißt du? Dann guckst du gar nicht mehr und dann kommen mal hier so vier Packs auf einmal oder so. Casten auf denselben Fleck 15 Sachen und ich laufe da so durch mit der Gewitterfront und denk so, oh ja, ich mache wieder alles alleine und dann so bumm. Ja, das wäre ja krass. Das wäre krass, ey. Auf dem Grabstein steht, dann wollte kurz mal farmen. Ich habe nur gelesen, greift den und den an. Drei Sekunden später hat den und den getötet. Okay. Es ist krass, das ist wirklich nur durch deine Waffe hier, sonst hätte ich das alles nicht hier. Die macht so ein Damage auf diese Gewitterfront. Dann habe ich die Runen alle auf Schaden gemacht. Ja, siehst du. Das war's schon. Und die Waffe natürlich auf Kritschaden gesockelt. Mehr war es nicht. Das ist keine Kunst, ich halte nur einen Knopfküttel. Ich bin schon 45 jetzt. Ich bin auch von 45 gerade geworden. Das ist nicht möglich. Oh, andere Seite. Oh, das ist sogar der, der immer so viel Ausdauer hatte, ne? Ja. Stumpen mich mal in HP. Oh, hier ist noch ein Pack. Das ist gut. Ich habe mich ja die Tage noch beschwert, dass mein Zeigefinger wehtut. Jetzt ist es der Mittelfinger, der arbeiten muss. Jetzt ein bisschen abwechseln. Ja, zwei Uhr war ich dann im Bett. Ja, kommt hin. Acht Uhr wieder aufgestanden. Ja, aber solange das ja nicht immer ist, geht das in Ordnung. Ja, klar. Also nicht so wie früher, weißt du. Wo wir jede Nacht nur zwei Stunden geschlafen haben wegen Gabler. Ja. Oder wegen Seven Days. Oder andere Spiele. Egal was, alles, allgemein, zockt. Nee, nee, das mache ich ja nicht mehr. Also so sechs Stunden müssen es. Seven ist zwar immer noch ein bisschen besser, aber... Ist ja auch verlieflich. Man kann ja nicht immer alles haben. Nee. Ich gehe mal bewusst kurz den Weg zurück. Ja. Sonst bleibt hier wieder alles liegen. Aber hier war nichts. Die Mats sollten sich irgendwie automatisch einsammeln. Ja, komm, sei froh, dass unser Gold schon automatisch eingesammelt wird jetzt. Ja, bin ich ja. 46Z. Aber ich auch. 4Z. Ja, klar. Ja, klar. Hier oben ist nur ein Pack Manchmal frage ich mich, ob das von den Entwicklern so geplant war, dass das so möglich ist. Ja, ich guck mal nochmal kurz grob hier durch, ob hier noch was liegt. Hier war ich schon. Kämpf mal ein bisschen, tu mal was für dein Geld. Welches Geld? Ja, Gold halt. Weißt du, und zack, hab ich ein Pack hier. Stepp mir nicht weg. Ach, Quatsch. Oh, ich hab hier auch eins. Ich bring's mal mit. Oh, das Pack ist unterwegs gefallen, wo sie hinter mir hergelaufen sind. Okay. Clos- Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Also ich wüsste jetzt nicht, okay, vielleicht durch bestimmte Quests, Events, was weiß ich, die man irgendwie abfarmen kann natürlich. Ne, sowieso Hüllen oder was weiß ich. Ja, aber da musst du ja dann auch mal Glück haben, dass das Event gerade da ist. Naja, ich sag ja, oder vielleicht lohnt es sich durch gewisse feste Mobdichte irgendwelche Stellen abzufarmen. Das kann natürlich sein. Aber so ganz normal, so ich... Ja, für manche nicht. Ja, gut, so lange geht immer, ne? Ja. Ich muss zurückgehen. Ab nach Hause. Juhu.